Christoph Tobias Metzelder ist ein deutscher Fußballspieler und Trainer beim TUS Haltern. Der Verteidiger wurde in der Saison 2001-02 mit Borussia Dortmund Deutscher Meister. Gewann 2008 mit Real Madrid die Spanische Meisterschaft und mit dem FC Schalke 04 in der Saison 2010-11 den DFB-Pokal. Biografie Christoph Metzelder wurde in Haltern geboren und ist dort aufgewachsen. In seiner Jugend war er Ministrant und absolvierte 2000 sein Abitur am örtlichen Josef-König-Gymnasium mit einem Notendurchschnitt von 1.8. Parallel zu seiner Karriere als Fußballprofi studierte er ein semesterlang Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität in Hagen. Er ist Mitglied der katholischen Studentenverbindung AVs Heilischer zu Bochum im CV und trat 2006 in die CDU ein. Christoph Metzelder hat drei Brüder. Sein jüngerer Bruder Malte ist ebenfalls Fußballprofi. Seine beiden anderen Brüder sind Ärzte. Im Oktober 2009 wurde er Vater. Karriere Metzelder interessierte sich zuerst für Leichtathletik, welche er lange auch parallel zum Fußball ausübte. Fußball spielte er zunächst beim TUS Haltern, für den er von 1986 an aktiv war, zuerst auf der Position des Torwarts. Er blieb dem Verein auch nach dem Wechsel verbunden und unterstützt finanziell als auch in beratender Funktion die dortige Weiterentwicklung. Im Jahr 1995 wechselte er, gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Sergio da Silva Pinto, in die Jugend des FC Schalke 04. Ein Jahr später ging er zu Preußen Münster. Als Spieler von Preußen Münster absolvierte er am 17. März 1999 sein erstes Spiel in der U18-Nationalelfe des Deutschen Fußballbundes bei einer 0 zu 4 Niederlage gegen die Alterskollegen aus Italien in einem Kurzeinsatz. Kurz darauf wurde er in der Spielzeit 1999-2000 in den Regionalliga-Kader der Preußen aufgenommen. Im Sommer 2000 wechselte Metzelder zu Borussia Dortmund, wo er zunächst nur als Spieler der zweiten Mannschaft vorgesehen war. Aufgrund der Verletzungen der etamäßigen Verteidiger Christian Wörns und Stefan Reuter rückte er bereits am ersten Spieltag der Saison in die Startelfe des BVB und spielte beim 1 zu 0 Sieg gegen Hansa Rostock. Fortan wurde Metzelder regelmäßig in der Innenverteidigung eingesetzt und absolvierte in seiner primären Saison 19 Spiele. Die folgende Spielzeit, die zur erfolgreichsten in der Karriere Metzelders werden sollte, begann für den damals 2-0 J-Jährigen mit der ersten Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, für die er am 15. August 2001 beim 5 zu 2 im Freundschaftsspiel in Ungarn debütierte. In der Meistersaison der Borussia spielte er 25 Partien für den BVB. Zudem stand er dreimal in der Champions League und achtmal im UEFA-Pokal auf dem Platz. Im Endspiel des Wettbewerbs, in dem Dortmund mit 2 zu 3 gegen Fahnenort Rotterdam unterlad, kam Metzelder nicht zum Einsatz. Da er im Halbfinale seine zweite gelbe Karte im laufenden Wettbewerb erhalten hatte und für das Finale gesperrt war. Nach der Saison wurde Metzelder in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea berufen. Bei der er alle sieben Partien absolvierte. Auch zu Beginn der folgenden Saison war Metzelder Stammspieler bei Borussia Dortmund. Jedoch hatte er ab Oktober 2002 mit Beschwerden an der rechten Achillessehne zu kämpfen, die im März 2003 operativ behoben wurden. Nach der Sommerpause 2003 wurde Metzelder zum Kapitän der Borussia bestimmt ohne jedoch aktiv ins Geschehen auf dem Platz eingreifen zu können. Im Oktober 2003 wurde eine zweite Operation durchgeführt an, die sich erneut eine lange Phase der Rehabilitation anschloss. Sein erster Einsatz war nach fast zweijähriger Pause ein Auswärtsspiel Dortmunds bei Hansa Rostock im Dezember 2004, in dem Metzelder eingewechselt wurde. Danach blieb er in seiner Dortmunder Zeit bis auf kleinere Bläsuhren verletzungsfrei. Im Herbst 2005 wurde er, kurz nach seinem ersten Bundesligator gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder für Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft berufen, zu deren Stamm er fortangehörte. Bei der Weltmeisterschaft 2006 absolvierte er sechs Spiele für die deutsche Elf. Aufgrund einer drohenden Gelbsperre wurde er im dritten Vorrundenspiel gegen Ecuador nicht eingesetzt. Real Madrid im Frühjahr 2007 verlängerte Metzelder seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht und wechselte zur Saison 2007-08 zu Real Madrid. Am ersten Spieltag der Saison 2007-08 gab Metzelder sein Debüt in der spanischen Primera-Division, als er beim 2-1 gegen Atletico Madrid zur Halbzeit eingewechselt wurde. In der ersten Mannschaft von Real Madrid kam Metzelder bis Dezember 2007 auf elf Einsätze. Danach wurde er verletzungsbedingt nicht mehr berücksichtigt. Nach über fünf Monaten Pause gab Metzelder am 37. Spieltag beim 2-2 gegen Real Zaragoza sein Comeback. Nach der Verpflichtung des Trainers Juan de Ramos als Nachfolger von Bernd Schuster und nachdem sein Mannschaftskamerad Pippe nach einer Tätlichkeit für zehn Spiele gesperrt worden war, rückte Metzelder wieder in die Startelf von Real Madrid und spielte unter anderem im Kampf um die Meisterschaft gegen den FC Sevilla und im Elle. Klassico gegen den FC Barcelona. Insgesamt kam er am Ende der Saison 2008-09 auf 15 Einsätze. Auch in seiner dritten Saison bei Real war Metzelder nur Ersatzspieler. Zwar wechselte sein Konkurrent Fabio Cannavaro zu Juventus Turin zurück. Im Gegenzug kamen aber mit Raul Albiol und Ezequiel Garay zwei neue Innenverteidiger. So dass Metzelder die meiste Zeit einen Platz auf der Bank inne hatte. Durch sein Reservistendasein und viele Verletzungen kam Metzelder in dieser Saison nur auf drei Einsätze, einen im spanischen Pokal, zwei in der Liga. Zur Saison 2010-11 wechselte Metzelder ablösefrei zum FC Schalke 04, bei dem er einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2013 erhielt. Damit schloss sich Metzelder seiner einstigen Jugendmannschaft und dem Erzrival in seines ehemaligen Vereins Dortmund an. Sein erstes Bundesligaspiel für Schalke bestritt Metzelder am ersten Spieltag der Saison 2010-11 gegen den Hamburger SV. Nachdem er sein Pflichtspiel-Debüt am 7. August 2010 im Spiel um den Supercup gegen den FC Bayern München gegeben hatte. Am 20. November 2010 erzielte Metzelder beim 4 zu 0 gegen den SV Werder Bremen nach einem Eckball sein erstes Tor für den FC Schalke 04. Mit Schalke gewann er 2011 den DFB-Pokal sowie den DFL-Zupac ab. Während er unter Felix Magath noch zum Stammpersonal gehörte und verliefen die letzten zwei Jahre auf Schalke ähnlich wie seine Zeit in Madrid. Aufgrund von Trainerwechseln und Verletzungsbech brachte er es in den letzten Jahren seiner Karriere nur noch auf 20 Bundesliga-Einsätze. Sein zum Saisonende 2012 13. auslaufender Vertrag wurde von Schalke nicht verlängert. So entschied er sich zum 30. Juni 2013 seine aktive Profikarriere zu beenden. Sein Comeback bei seinem Jugendverein gab Metzelder am 25. August 2013 bei der 0 zu 3 Niederlage gegen die DJK Eintracht-Kössfeld. Wo er allerdings nach 28 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Aufgrund von fehlender Zeit und Trainingsrückstand blieb dieser Pflichtspieleinsatz sein einziger für die erste Mannschaft des TUS-Haltern. Für die zweite und dritte Mannschaft absolvierte er in der Saison 2014 15. jeweils noch einige Spiele in der Bezirks- bzw. Kreisliga. Nach dem Profifußball seit Juli 2013 arbeitet Metzelder als Experte und Co-Kommentator für den Fernsehsender Sky Deutschland und als Geschäftsführer für die Sportmarketing-Agentur Jung von Matt Sports. Im Juli 2014 wurde er zum 1. Vorsitzenden des TUS-Haltern gewählt. Trainerkarriere Nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendverein TUS-Haltern war Metzelder zunächst eine Saison lang Co-Trainer der ersten Mannschaft und der U19. Zur Saison 2014 15. wurde er dann Cheftrainer der U19-Mannschaft. Soziales Engagement Metzelder nutzt seine Popularität als Profifußballer, um sich für soziale Zwecke zu engagieren. So war er beispielsweise Botschafter für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung in Deutschland sowie beim Verein Herzenswünsche in Münster und der SKM Schuldner Beratung für junge Leute in Dortmund. Um sein soziales Engagement zu bündeln, gründete Christoph Metzelder im Jahr 2006 seine eigene Stiftung Zukunft Jugend, welche aktuell 15 verschiedene Projekte unterstützt. Gerade durch die Begegnung mit jungen Menschen wurde ihm nach eigener Aussage bewusst, dass auch in Deutschland immer mehr Kinder mit Armut und Perspektivlosigkeit konfrontiert werden. Er beschloss diese Mädchen und Jungen mit dieser Stiftung zu fördern. Sie unterstützt gezielt Projekte, die Jugendliche auf ihrem schulischen und beruflichen Weg helfen und ihre soziale Kompetenz fördern. Des Weiteren ist Metzelder als Werbebotschafter Schutzengel im Verein gegen Kinderprostitution Roter Keil.net tätig. Christoph Metzelder gehört ferner dem Kuratorium der Stiftung Jugendfußball an, die im Jahr 2000 von mehreren Nationalspielern und Dozenten des Fußballlehrersonderlehrgangs gegründet wurde. Er ist zudem gemeinsam mit Carsten Ramelow Vizepräsident der Vereinigung der Vertragsfußballspieler. Anfang 2013 wurde er für weitere drei Jahre bis 2016 als Vizepräsident wiedergewählt. Am 7. November 2011 wurde Metzelder der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft verliehen. Erfolge Nationalmannschaft Vize-Europameister 2008 Verein Deutscher Meister 2001-02 mit Borussia Dortmund Spanischer Meister 2007-08 mit Real Madrid Spanischer Supercup-Sieger 2007-08 mit Real Madrid DFL Supercup-Sieger 2011 mit dem FC Schalke 04 Individuelle Auszeichnungen Trofeo Bravo Silbernes Lorbeerblatt Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen DFL Supercup-Sieger 2011-09-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20